Ein Euro. Ein Euro Job habe ich nicht. Und zwar hat mir das mein Bankberater gesagt, als ich meine Darlehenerhöhung wollte. Dann war keine Frage nach Sicherheit und ich habe so viele Bilder, Masse, ganze Auswahl. Und dann frage ich den Peter, frage ich, das war früher etwas wert und man hat diese Sicherheit bei der Bank ergeben können. Und jetzt ist nichts mehr wert. Also ein Bild, das man malte. Ich oder du oder wir oder er oder sie ist nur einen Euro wert. Für die Bank. Also mache ich natürlich, weil mein Textament, Testament und werde jetzt eine Liste machen von allen meinen Bildern. Ein Euro, dann habe ich vielleicht was weiß ich, 500 Euro erwirtschaftet. Und brach das Finanzamt, damit ich tot bin, kann ich kommen. So wie, dass das jetzt 500 mal 1000 Dings. Und da wollen wir die Hälfte haben. Also die Finanzamt kann da vielleicht 250 Euro erben oder nicht. Also, das ist wirklich nicht mehr. Also, das ist wirklich nicht möglich. Ich mache ich die Sorg-Ton. Okay. So, das ist extra, 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 mehr. Oh, das ist mir. weiter machen ja das ist kein Apfelsauch da drin so ein Terpentinersatz zum verdönen ja drückt dann eigentlich schnell dann heißen wir das ja ich hab aber immer noch die Butter eigentlich ich wollte ja eigentlich glaube ich aufs Klobchen ja wir machen weiter ja so Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Öl hier auch so ein kleines Patserl, das da ist so indisch rot. Nein, halt, das ist so, warum das so rot ist. Naja, da haben wir, äh, halt, wischern. Ja, das wird auch von, beim Gästchen bestellen, so schauen wir. Ja, ja, das ist so rot, mit Umba, ja mit Oka. Das schlitzerische ist, des schlitzertyps, ist ja verrückt. Und dann auch, ja, das ist einmal, weil ich nach, ich bin ja, nach hier, ähm, in die Schweiz. Und wie ich dann als erstes Mal so an die Grenze kam, und dann, ich werde es nicht vergessen, äh, dann wollte der Berichtsschallbeamte jetzt fragen Sie mal, grrr, 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 grrr. Und dann, ja, 45ern, ähm, bin ich dran. Ähm. Ach, hier ist es so, wo ein Blöcher, wo ein Blöcher, ein Blöcher, ein Blöcher, ein Blöcher, ein Blöcher. So. 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 muss ich nicht rummachen, dann ist das ein kleines, so ein kleines, so ein kleines Wurmmach. Ja, und da kommt mir ins andere, in die, neu, das nächste Universum, durch dieses Wurmbrach. Obelhaut. He, was mache ich denn da in dem, in dem anderen, in dem Universum? Das weiß ich auch nicht, he. Ja, ich muss das machen. Ja, so. Ja, also wie ich begonnen habe zu, so zu lernen, die Malerei ist autosidaktisch, die bin ich vor ich zu Rembrandt und sonst so vielmal, dann schaute ich mir das an und dann, hmmm, ja, die Farbe ist auch so glatt und so und dann fuhr ich da wieder heim und dann hab ich sofort ausprobiert, geht oder geht nicht. An refr gate, so habe ich ja so gelernt, das macht dann auch schon wieder da-dau-dau-dau-dau-dau-dat-dau. Die sind wahrscheinlich nicht die Fazitbuchfrau Und die, 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 ich krieg ja, man kriegt das so über die, 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 die Nachrichten zu, im Internet, im Internet, ja, jetzt muss ich mal schauen, ich meine, ja, ja, gut. Ah, na. Ja, ja, schauen wir, ich muss das hier irgendwie alter haben, ich meine, der, der operative Klumpe, ist er richtig kaputt, ist es, die Lürmerwahl, über die Jahrhunderte haben die, da, hm, dem genaucht und, ich weiß, ich weiß, dass ich die Kindes an immer noch drin vermutlich, die sie will machen. Eh, hm, hm. Ah, ja. Ähm, best. Okay. Okay. No. No. Das Rot ist irgendwie... Ach ja... Wie geht's euch dann so? Die sind Schöntelmeiner so... Mit dem Älterwerden und dem Angst haben. Also die Angst vor dem Tod. Die hab ich ja. Die hab ich, die hab ich, die hab ich. Ich mein, dann ist es vorbei. Und was kommt dann? Erwarten mich da hunderttausend Jungfrauen drüben. Nein, nein. Da hab ich nicht ein... Oder Altenmänner auch nicht. Der ist... Ich mein... Das glaub er ist, oder? Ja. Äh, die Ewigkeit... Äh, ist da... Ich glaube die... Ähm... So, schauen wir. Die Ewigkeit ist mal so. Jetzt muss ich mal schauen. Ein Blau. Ich brauch jetzt irgendwie... Da hab ein Blau. Da kommt der Bruder eingefallen. Ich hab ja einen Schnipsi. Also ein Jungjähriger als Kind. Und der hat aber jetzt noch weiter Kind. Jetzt sieht das bei... Kind und Kind sollen alles... Also ein Jungsein. Finde ich. Also oben auch. Das ist irgendwie dann... Wir schauen. Oh. 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 Ähm. Oh. 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 um mehr und die 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 brauch ja hier bisschen Blau Talo Blau hatte es Elfan ein Mission das tut was sehen Them Pont cool Bis zum nächsten Mal.